Ja, hallo erstmal. Schön, dass ihr es noch hergefunden habt, trotz der späten Stunde und der langsam ausklingenden Frostcon. Ah, da kommen noch ein paar mehr rein. Schön, ja. Ja, mal Frage vorab, wer hat denn eigentlich schon von Solid überhaupt gehört? Mal Hände hoch. Aha, ja, da sind schon ein paar. Wer würde sagen, er kennt oder er oder sie kennt Solid, hat das schon mal ausprobiert? Noch keiner, okay, sehr gut. Oder nicht so gut, aber dann könnt ihr jetzt hier heute lernen, was es mit Solid auf sich hat und wie wir mit Solid uns das Social Web zurückholen. Solid ist ein Projekt von Web-Erfinder Tim Berners-Lee. Er ging damit letztes Jahr an eine größere Öffentlichkeit. Öffentlichkeit, das war auch schon vorher irgendwie öffentlich auf GitHub und das war jetzt nicht im Geheimen entwickelt, aber letztes Jahr hat das nochmal bekannter gemacht, ist damit auch in den Medien gewesen, haben vielleicht die einen oder anderen mitbekommen. Und Solid hat das Ziel, die Missstände im zentralisierten Social Web zu beheben und die Nutzerinnen und Nutzer wieder in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen die Kontrolle über die eigenen Daten zurückzugeben. Kurz zu mir, mein Name ist Angelo Feltens. Ich arbeite als Software Developer und IT-Consultant bei CodeCentric in Hamburg. Und das Interessante an dieser Folie ist aber eigentlich, dass all die Daten, die da drauf sind, die Informationen über mich, mein Bild, mein Name, meine Rollenbezeichnung, dass die nicht statisch auf dieser Folie drauf sind, sondern dass diese Daten aus meinem Solid-Profil geladen werden. Und diese Folien sind einfach nur eine Web-Anwendung und die laden diese Daten aus meinem Solid-Profil. Das ist möglich, weil Solid mir als Benutzer die komplette Kontrolle und den Zugriff auf meine Daten gibt und ich die Freiheit habe, diese überall zu verwenden, wo es mir beliebt. Und wie das in der Praxis funktioniert, das sehen wir noch im Laufe des Vortrags. Bevor ich aber näher auf Solid eingehe und die Rückeroberung des Webs, sollten wir erstmal einen kurzen Rückblick wagen auf, was wir eigentlich verloren haben und wie es zu dem Status Quo, den wir heute im Social Media, im Social Networking Bereich haben, gekommen ist. Das Web war eigentlich schon von Anfang an ein Social Web. Es diente dazu, Leute weltweit miteinander zu verbinden. Ich kann auch im klassischen Web eine HTML-Seite erstellen, die auf einem Webspace laden und mich mit anderen Webseiten verlinken. Ich kann interessante Informationen über mich, meine Hobbys, meine Arbeit als Webseite online stellen und auf Seiten meines Arbeitgebers verweisen, auf Seiten meiner Bekannten, meiner Kollegen, Kolleginnen. Ich kann als Verein eine Webseite erstellen. Hier habe ich mal die Version des Chaos Computer Clubs, der Seite von Chaos Computer Club aus den 90ern rausgekramt. Also das war alles auch schon im klassischen Web möglich, natürlich nicht so fancy wie heute, aber eigentlich war das Web schon immer ein Social Web, weil es darum geht, Menschen miteinander zu vernetzen und deren Interessen und deren Arbeiten und Forschungen. Also prinzipiell konnte damals schon wieder mitmachen, weil man muss ja nur HTML lernen und das irgendwo auf dem Webspace packen. Aber natürlich war es schon eher so eine Sache für Nerds und Leute, die wirklich da technisches Interesse hatten und es hat gewisse Einstiegshürden. Das änderte sich dann mit dem sogenannten Web 2.0. Da wurde das ganze Web ein bisschen interaktiver und leichter zugänglich für die Nicht-Techies. Ich konnte dann hingehen in Foren oder in Blogs und Wikis, konnte ich auch einfach aktiv Inhalte veröffentlichen, ohne dass ich selber irgendwo eine HTML-Seite hochladen muss. Das heißt, einerseits wurde es also leichter zugänglich, Inhalte im Web zu veröffentlichen. Andererseits ist aber der Betrieb dieser Anwendungen schon wieder deutlich komplexer, als einfach eine statische HTML-Seite irgendwo zu deployen. Das heißt, einerseits sinkt die Einstiegshürde, andererseits wird es komplizierter, wenn ich Dinge tatsächlich selbst hosten und betreiben möchte, weil es dann eben Web-Anwendungen sind und nicht nur statische Webseiten. Mit dem Web 2.0 sprossen auch etliche Social-Media-Dienste aus dem Boden, beziehungsweise aus dem Web. Die zahlreiche neue Funktionen ins Web brachten und die Dinge für Otto-Normal-Verbraucher vereinfachten, das Web zu benutzen, Inhalte dort zu teilen und miteinander in Kontakt zu treten. Das Ding ist, dass diese Social-Media-Dienste in ihrem Wesen dem Gedanken des Webs aber zuwiderlaufen, weil sie eben nicht darauf basieren, dass wir Inhalte ins Web stellen und teilen und verlinken, sondern dass es eher auf gegenseitige Konkurrenz und Abschottung basiert. Wenn ich so einen Dienst online stelle und Geld verdienen möchte, dann habe ich naturgemäß das Verlangen, dass ich alle Leute auf meine Plattform locken möchte und sie auch dort halten möchte und eben nicht mich mit dem Rest des Webs verlinke und austausche. Und das führte in der Folge dann zu einem Konsolidierungseffekt. Die klassischen Netzwerkeffekte treten in Kraft. Ich will als Benutzerin ja auch nicht hunderte Dienste im Web nutzen, sondern ich gehe naturgemäß dahin, wo meine FreundInnen schon sind und nutze dann die Dienste und tausche mich dort mit denen aus, weil es eben geschlossene Plattformen sind, die nicht auf Vernetzungen basieren, führt das zu solchen Konsolidierungseffekten, deren Ergebnis wir ja alle kennen. Plattformen wie Facebook, Vereinnahmen, alles mögliche im Web, Funktionalitäten, Inhalte und User. und als Mitbewerber, als Mitbewerbender Dienst habe ich da keine Chance. Ich muss letztendlich, folgt das Ganze einem Alles-oder-nichts-Prinzip, entweder ich schaffe es, so gut zu sein, dass alle zu mir rüberwandern und der Konkurrenzdienst, der vorher groß war, abstirbt. Das ist das, was mit vielen Konkurrenten von Facebook passiert ist. Facebook hat alles in sich aufgesaugt, die anderen sind abgestorben. Aber wenn mir das nicht gelingt, dann sterbe ich ja selbst. Sprich, die Konkurrenz, der freie Wettbewerb leidet darunter, dass mir die Nutzerbasis fehlt und dass mir die Daten fehlen. Und auch im klassischen Web, in klassischen Blogs, besteht das Problem, dass ich darauf angewiesen bin, die Netzwerke anzubinden. Wenn ich zum Beispiel die Like-Funktionen und Share-Funktionen, Dinge, die man eigentlich cool findet und die die Social Networks mitgebracht haben, wenn ich die nutzen möchte, dann muss ich die von den Netzwerken anbinden. Und auch wenn ich eine entsprechende Reichweite erzielen möchte, bin ich darauf angewiesen, dass ich meine Blogpost zumindest auf solchen Plattformen teile, um überhaupt noch genügend Leute zu erreichen, weil auch immer weniger Leute einfach sowas wie ein RSS-Feed abonniert haben. Sprich, alles konsolidiert sich auf zentralisierter Plattformen und andere haben schlechte Karten. Jetzt kann ich versuchen, dem ein bisschen entgegenzuwirken, indem ich sage, okay, ich hoste alles selbst. Ich gehe nicht auf diese Plattform. Es gibt ja für alles Open-Source-Software, wie wir wissen. Und ich betreibe die Dienste einfach selbst. Und da gibt es auf GitHub eine tolle Liste, die heißt Awesome Self-Hosted. Da steht drauf, was es alles so gibt, was man selbst hosten kann. Und dann dachte ich, ja, bringe ich die mal auf die Folie, damit man dann so einen Überblick mal hat. Allerdings hätte ich diese Liste auf 58 Pixel Breite schrumpfen müssen, um sie in der vollen Länge hier raufzukriegen. Deswegen habe ich mich hier, was ihr da seht, das ist nur das Inhaltsverzeichnis. Das ist nur die Liste der Kategorien an Software, die ich selbst hosten könnte. Und das ist, wie ihr seht, auch schon sehr klein geworden. Und es ist einfach richtig, richtig viel. Und wenn ich das ernst meine und die Dienste, die mir Social Media, die zentralen Plattformen, die es im Web gibt, wenn ich die wirklich selbst hosten möchte, dann ist das eine richtige Mammutaufgabe. Und das ist eigentlich noch beschönigt, denn eigentlich ist es eine Self-Hosting-Hölle. Wir können es mal anschauen, wenn man nur die wichtigsten, die allerwichtigsten Dinge noch selbst betreiben möchte. Okay, ich habe einen Blog, ich habe Kontakte und Kalender, die ich irgendwie synchronisieren möchte. Ich habe Notizen, Fotos, ich möchte Dateien mit anderen tauschen. Allein das sind schon so viele Dienste. Wenn ich dafür jetzt jedes Mal eine eigene Anwendung betreuen muss, gute Nacht. Denn neben der eigentlichen Funktionen kommen ja noch ganz viele Querschnittsaufgaben auf mich zu. Ich muss die Dinger installieren. Ich muss sie aktuell halten. Es treten Bugs auf. Die muss ich eventuell sogar selbst fixen. Ich muss irgendwie damit klarkommen, dass ich Downtimes habe. Ich muss für Backups sorgen. Ich muss meine Systeme sicher halten. Okay, es ist die Hölle. Das möchte ich eigentlich minimieren. Und da die wenigsten das machen wollen, hat es tatsächlich die meisten von uns einfach auf die zentralen Plattformen verschlagen. Es ist einfach auch bequem, diese zu nutzen. Und ja, wir sind deswegen aber heute oft gar nicht mehr im Web unterwegs, sondern auf Diensten wie Twitter oder auf Instagram. Und wir kommunizieren über WhatsApp. Selbst bloggen tun viele von uns heute auf zentralen Plattformen wie medium.com. Das Ding ist, dass wir durch die Nutzung dieser Plattformen auch eine ganze Menge verloren haben. Diese Plattformen tracken uns, überwachen uns, verfolgen jeden unserer Schritte. Aber sie nehmen uns auch eine Menge Wahlfreiheit. Denn ich kann eben nicht mehr wählen, mit wem teile ich meine Informationen. Abgesehen davon, dass ich sie immer mit der Plattform teile und den Geheimdiensten, die dann Zugriffe bekommen im Zweifelsfall oder sich die nehmen, bin ich ja auch darauf beschränkt, meine Inhalte nur mit den Leuten zu teilen, die auf der Plattform sind. Die Leute, die gar nicht auf der Plattform sind, die erreiche ich ja gar nicht. Genauso bestimmen die Plattformen darüber, wie die Inhalte priorisiert, gefiltert und gefiltert werden. Wenn ich mit Leuten kommuniziere, dann bin ich darauf angewiesen, dass die Accounts von diesen Leuten nicht durch die Plattform gesperrt werden. Sprich, ich habe gar keine Wahlfreiheit, sondern ich muss mich vollständig den Regeln der Plattform unterwerfen und den Regeln dieser Plattform folgen. Und ich habe zum Beispiel auch nicht die Freiheit zu sagen, ich nutze eine andere App, um mit meinen Freunden zu kommunizieren. Selbst wenn ich sage, ja, ich rede nur mit den Freunden auf der Plattform, ich will gar nichts mit anderen Leuten zu tun haben, ich gehe auf diese Plattform, dann muss ich trotzdem genau die App nehmen, die mir die Plattform bereitstellt und habe keine Freiheit, irgendeine andere App zu wählen. Es ist zum Glück noch nicht alles verloren, denn das Web von damals, das existiert ja noch, das ist ja nicht weg. Der Erfinder des Webs, Tim Berners-Lee, sagte, Und genau dieser Kampf, diese Mission, das Web zu schützen und allen zugänglich zu machen, Solid ist genau ein Teil dieser Mission. Über Solid sagt er, Solid is how we evolve the web in order to restore balance by giving every one of us complete control over data, personal or not, in a revolutionary way. Das heißt, Solid ist jetzt nicht einfach eine neue Anwendung, die entwickelt wird, wo wir sagen, ja, nutzt jetzt alles Solid, das Prinzip hat wiederholt nicht funktioniert, sondern Solid ist eine Erweiterung des Webs, das wir schon kennen und das schon funktioniert und sich bewährt hat. Und es geht darum, dass wir die Kontrolle über unsere Daten wiedererlangen und selbst über die Verwendung unserer Daten bestimmen können. Das ist genau das Gegenteil von dem, wie zentrale Plattformen funktionieren. Zentrale Plattformen sind eben kein Web, sondern es sind Datensilos. Datensilos. Wenn ich sowas wie Facebook nutze, dann sind alle meine Daten, die ich bei Facebook eingebe, alle Interaktionen, die ich auf Facebook mit anderen Nutzerinnen führe, die sind alle zentral in diesem Datensilo von Facebook drin. Und Facebook sieht alles und kann alles kontrollieren, was in diesem Silo passiert. Es gibt dezentralisierte Ansätze. Vielleicht kennt ihr Diaspora, Mastodon. Die sind nicht schlecht. Ich will die gar nicht schlecht reden. Aber vom Grundprinzip her sind das auch wieder Datensilos nur verteilt. Wenn ich bei Mastodon bin, dann kann ich auch wieder nur mit meinen Mastodon-Freundinnen und Freunden kommunizieren. Ja, die haben vielleicht dann ihren Account auf einem anderen Mastodon-Pod, aber letztendlich ist Mastodon einfach ein Twitter-Klon und mit Mastodon kann ich twittern und ich kann aber nichts anderes damit tun. Und wenn ich sage, okay, ich möchte Kontrolle über meine Daten und das selbst hosten, dann lande ich wieder in dieser Selbst-Hosting-Hölle, weil ich muss ja dann Mastodon selber hosten, ich muss Diaspora selber hosten und alles, was ich sonst noch brauche, auch selber hosten. Und ich komme aus diesem Problem gar nicht raus. Solid geht einen anderen Weg. Bei Solid gibt es keine Datensilos, sondern Solid ist ein Web aus Daten. Deswegen Solid ist auch nur die Kurzform für Social-Linked Data. Das heißt, ich habe meine Daten ganz feinkranular miteinander im Web gespeichert, verlinkbar, kombinierbar. Und ein wesentlicher Aspekt ist zudem die Trennung von den Daten und den Apps. Meine Daten liegen als Web vor, sind miteinander verlinkt und die Apps sind auch irgendwo im Web und greifen nur auf dieses Daten-Web zu. Und ich habe eben nicht eine Kopplung, dass meine Daten in einer bestimmten App gespeichert sind. Das führt auch dazu, dass Apps eigene Daten speichern und auch mit den bereits gespeicherten Daten von anderen Apps kombinieren können. Das heißt, zwischen zentral und dezentral gibt es nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt eine große Bandbreite, angefangen von ganz zentralen Datensilos wie Google, Facebook, Twitter, wo wirklich alle Daten von allen Nutzern in einem großen Topf sind, über dezentrale Ansätze wie Mastodon und Diaspora, wo es halt verteilte Datentöpfe gibt, wo aber immer noch hunderte oder tausende Nutzerinnen und Nutzer drin sind und deren Daten und die auch auf einen Anwendungszweck beschränkt sind, hin zum komplett dezentralen Ansatz, den Solid verfolgt, wo es im Prinzip beliebig viele Datentöpfe im Web gibt. Als Benutzer kann ich ein oder auch mehrere Datentöpfe haben. Es nennt sich dann bei Solid auch Solid Pod, nicht so wechseln mit dem Pod von Diaspora, gleicher Name, ein bisschen anders Prinzip. Ein Datenpod bei Solid ist im Prinzip ein stinknormaler Webserver, erweitert um gewisse Standards, die Solid definiert, die es ermöglichen, Daten auf diesem Webserver leicht zu schreiben und zu verlinken. Diese Standards schauen wir uns auch gleich noch näher an. Erstmal grundlegend das Prinzip. Schauen wir uns einfach mal ein klassisches Social Media Posting an. Sieht irgendwie so aus, wir haben hier eine gewisse Jane Doe, die hat ein Profilbild und ihren Namen und ein Posting, ein Text, den sie verfasst hat und darunter sind irgendwelche Reaktionen, Likes, Herzchen von ihren Freundinnen und Freunden sowie auch Kommentare der Freundinnen und Freunde. Nun ist es bei Solid so, dass jedes einzelne Datum aus einem anderen Solid Pod stammen kann. So wird zum Beispiel das Profilbild und der Name von Jane aus Janes persönlichem Solid Pod stammen. Aber schon der Beitrag könnte zum Beispiel aus einem anderen Pod von Jane stammen. Vielleicht ist es ein beruflicher Beitrag, der stammt dann vielleicht aus dem Pod ihres Arbeitgebers oder sie hat sich dafür entschieden, generell ihre Profildaten, ihre Personendaten von ihren textuellen Beiträgen zu trennen. Das steht ihr völlig frei. Was noch interessanter ist, sind aber jetzt die Reaktionen der anderen Benutzer. Jedes einzelne Like, jede einzelne Reaktion, jeder einzelne Kommentar stammt, also wird nicht gespeichert im Pod von Jane, sondern in den Pods der einzelnen Benutzerinnen und Benutzer. Das heißt, wenn jetzt hier, nennen wir ihn Bob, ein Thumb-Up gibt auf den Kommentar, dann landet dieses Like im Pod von Bob und die App, die dieses Social Media Posting hinterher darstellt, die folgt einfach nur den Links zwischen den Daten, sieht, aha, bei Janes Beitrag gibt es einen Link auf ein Like von Bob und bindet den ein. Das ist dadurch möglich, dass im Solid Web alles über eine URI identifiziert ist, also ein Uniform Resource Identifier, wie man es schon aus dem dokumentenbasierten Web kennt, alles bekommt ein URL, ein URI in dem Fall, ein Identifier, global verfügbar und das ermöglicht mir, Inhalte, Daten beliebig im Web zu verteilen. Ich habe hier oben Jane, sie wird, also sie selbst als Person wird identifiziert durch Jane Doe, Example, Raute Me und dann gibt es von ihrem Profil einen Link auf den Post, den sie verfasst hat, der auch ganz woanders liegen kann, zum Beispiel unter Files.example Jado posts two cents. Dadurch, dass ich URIs verwende, kann ich einfach Daten beliebig referenzieren und es ist völlig irrelevant, wo im Web sie liegen. Das gleiche dann mit Bob, Bob hat auch wieder eine eigene URI, die verlinkt auf seine Kommentare, auf seine Likes und das Like und der Kommentar wiederum verlinken auf den Post, so ist alles miteinander vernetzt und durch Apps auffindbar. Das hat dann zugleich den Vorteil, dass mehrere Apps auf die gleichen Daten tatsächlich zugreifen. Also ich habe eine Trennung von Apps und Daten, das heißt, wenn die App 1 jetzt zum Beispiel das Like abspeichert, dann kann die App 2 das auch einfach sehen, es ist einfach im Web eine URI und eine zweite App kann die einfach abrufen. Das heißt auch, ich kann beliebig zwischen Apps wechseln, ohne dass ich irgendwelche Daten verliere. Das klassische Problem, wenn ich bei einem Anbieter bin, ich möchte zum anderen Anbieter gehen, der im Prinzip das gleiche macht, aber dann muss ich ja die Daten von Anbieter A exportieren und beim anderen wieder importieren und dann haben die komplett andere Datenformate und das passt nicht und die wollen das ja auch gar nicht. Bei Solid habe ich das Problem nicht, weil alle Daten im Web verfügbar sind, über eine URI abrufbar und sie gar nicht an die App gebunden sind. Das heißt auch, ich kann beliebig zwischen zwei Apps wechseln, um zum Beispiel meine Kalendereinträge zu verwalten. Ich kann heute App 2 nutzen, schreibe Kalendereintrag, morgen wechsle ich auf App 3, weil die mir besser gefällt und ich rufe aber die gleichen Daten aus dem Web ab und kann diese einfach anzeigen. Schauen wir uns auch gleich noch in der Praxis an, also keine Sorge, es gibt auch noch eine Demo. Aber vorher schauen wir uns erstmal an, wie das mit den Daten aussieht, wie sieht das denn aus jetzt tatsächlich, dass diese Daten im Web liegen. habe ich hier mal einen Auszug aus meinem Profil. Das ist einfach ein Dokument unter angelofeltens.org Profilecard, das ist mein Profildokument, wo Informationen über mich, über meine Person drinstehen und da stehen dann zum Beispiel auch die Daten drin, die wir eben auf der Folie gesehen haben. Zum Beispiel, achso, das Route2Me ist erstmal quasi die Kurzform von meiner vollständigen Uri, die mich identifiziert. Das setze ich dann zusammen aus der Dokument-URL, die auf Slashcard endet, plus das Route2Me ist dann der Uniform Resource Identifier, der mich identifiziert. Das nennt sich dann auch WebID, das ist meine WebID. Und zu diesem Route2Me gibt es dann verschiedene Informationen, zum Beispiel mein Name, meine Rolle und daher der Name Linkdata, Social Linkdata, wir haben eben jetzt Links auf andere Daten, zum Beispiel das Bild ist ein Link auf eine Bilddatei und da Route2Me JPEG, also lokaler Pfad, liegt auf dem gleichen Server, kann ich auch, muss ich nicht die volle Uri angeben. Gleiche bei Homepage, verweise ich einfach auf meine Homepage mit Slashpage. Soweit es gut interessant wird, wenn ich auf andere Server verweise, was auch problemlos möglich ist, weil es einfach nur eine Uri ist. 4 of Nose ist dann die Liste der Leute, die ich kenne. Und da kann ich dann auch einfach irgendwelche WebIDs von anderen Leuten eintragen, die ich kenne und meine Freundesliste so aufbauen. Schauen wir uns mal an, wie das dann in der Praxis verwendet werden kann, wie ich zum Beispiel diese Daten dann auf der eingangs gesehenen Folie einbinde. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier mal ein Snippet mit Solid React Components erstellt. Das ist eine React Library, wo ich also React Komponenten von der Library bereitgestellt bekomme, mit der ich ganz einfach diese Daten abrufen kann. Und genau das mache ich hier. Erstmal definiere ich eine Variable Mi. Da hinterlege ich meine Web-ID angelo-feltens-org-profile-card-Route-Mi. Und dann kann ich zum Beispiel die Image-Komponente nehmen und sage, nimm bitte als Image-Source von meiner Web-ID das Attribut Image. Oder hier per Value kann ich beliebige Daten hier reinladen. Ich sage, nimm bitte von Mi meiner Web-ID das Attribut vcard-role. Gibt auch Komponenten also mit Value kann ich im Prinzip so alles machen. Gibt aber auch spezialisierte Komponenten wenn ich zum Beispiel den Namen nehmen möchte kann ich aber die Name-Komponente nehmen und gebe einfach als Source nur meine Web-ID an und das sorgt dann dafür dass diese Komponente von dieser Web-ID den Namen lädt. Hier habe ich dann noch einen Link zu meiner Homepage auch eingebracht. Die können wir mal kurz öffnen. Die treibt das nämlich noch ein bisschen weiter. Man kann gucken. So sieht man dann hier diese Homepage ist auch keine statische Webseite sondern die arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Ich habe so ein HTML-Grundgerüst gebaut aber alle Daten die jetzt da drin sind sind über Solid-Rack-Components laden die Informationen aus meinem Solid-Profil. So zum Beispiel habe ich in meinem Solid-Profil als strukturierte Daten hinterlegt was ich so an Accounts habe GitHub, GitLab, Twitter hier sehe ich meine Bookmarks die ich zuletzt hinterlegt habe meine Blogs und den neuesten Blog-Artikel dem ja alle frei hätten offen was ich mit meinen Daten mache und wie ich die präsentiere so kann ich dann zum Beispiel hier hingehen und sagen okay ich möchte mal meine Freundesliste anzeigen sage ich mal hier Nose okay jetzt ist das nur einer dann mache ich hier aus der Value mal eine List und dann sehe ich hier die Liste jetzt sehe ich erst mal nur die Liste an URIs meiner Bekannten ich kann da aber jetzt hingehen diese URIs wieder nutzen in andere Solid-Rack-Komponenten einbauen um dann zum Beispiel den Namen zu laden ich kann ja einfach mal kurz wenn ich jetzt hier einfach mal hier das hier nehme und hier oben reinfüge dann werden wir sehen dass wir dann die Informationen über diese Person bekommen und genau das sind jetzt alles Daten die dann direkt aus dem Profil von Tim Berners die geladen werden sein Name und auch hier dann der Link zu eben seiner Homepage einfach ich muss einfach nur die URL austauschen ja nur dass du da eben nur HTML-Seiten laden kannst und hier lädst du feinkranular Daten beliebiger kannst du beliebig in strukturierte Daten reingreifen ja da kommen wir auch später noch zu also versuch mal bitte Fragen am besten notieren am Ende machen wir noch eine Fragerunde auf jeden Fall vieles wird sich auch noch klären wir kommen zu sowas wie Zukunftsrechte kommen auch gleich noch dran beziehungsweise glaube ich jetzt sogar achso ne eine Sache noch bevor ich jetzt hier weitergehe so ich wollte es nämlich noch einmal in der Praxis zeigen wie das Profil dann aussieht kann man es auch mal gerade anschauen was ist die Seite die mache ich mal zu so das sieht hässlich aus lasst euch davon nicht irritieren der Solid Server hat so ein ganz rudimentäres Web Interface auch was aber echt nicht hübsch ist am besten nimmt man spezialisierte Apps um die Daten zu verweilen aber hier es ist ganz nett mal direkt auf den Solid Server drauf zu gucken um zum Beispiel dann hier zu sehen wie sehen denn die Daten tatsächlich aus die in meinem Solid Pod liegen das habe ich hier mal einfach meine Profilseite aufgemacht und dann sehe ich jetzt hier die strukturierten Daten die dort hinterlegt sind dann sehe ich hier okay das bin ich ich bin eine Person okay ja ich habe ein Foto hinterlegt hier als Link ich habe jetzt hier die Liste an Leuten die ich kenne und verschiedene andere Daten so also wie schon auch angedeutet Solid ist eben keine neue dezentrale Social Networking App sondern Solid ist ein ganzes Ökosystem ein komplett neues Set an Standards beziehungsweise Solid ist eine Kombination aus etablierten bewährten Webstandards wie HTTP URIs Linkdata REST APIs und ein OpenID Connect Protokoll für die Authentifizierung ergänzt um neuere also neue neue neuer Standards wie Linkdata Plattform das ist eine Beschreibung einer REST API mit der ich Linkdata im Web lesen aber auch eben schreiben kann Web Access Control ist der besagte Zugriffsschutz das ist ein Standard der dann definiert okay wie lege ich denn jetzt fest auf welche Daten jemand zugreifen kann und welche nicht und mit welcher App Linkdata Notifications ist ein Standard um Benachrichtigungen zu senden und wenn ich jetzt irgendwas in meinem Pod speichere dann kriegt dann eventuell meine Freundesliste das ja gar nicht mit deswegen muss ich wenn ich das kommunizieren möchte auch irgendwie eine Benachrichtigung senden um das bekannt zu machen was ich getan habe und die Solid Community kümmert sich um die Umsetzung der Solid Vision sie arbeitet an den Standards aber auch an praktischen Themen wie der App Entwicklung und der Implementierung von Solid kompatiblen Servern gemeinsam mit der Firma Inrupt Inrupt ist eine neue Firma die Tim Berners-Lee unter anderem gegründet hat um die Solid Vision Wirklichkeit werden zu lassen um es auch ein bisschen aus dem akademischen Umfeld rauszuziehen und zu beweisen okay das ist etwas wo ich Venture Kapital für kriege hatte auch eine Menge bekommen und wo man auch wirklich dann dass man das etwas ist was man wirklich auch praktisch nutzen kann wo man auch Geschäftsmodelle darauf aufbauen kann genau also Solid ist die Kombination aus alten und neuen Standards plus Apps und Server Implementierung dann die diese Standards in die Tat umsetzen so hier sehen wir mal wie die Standards dann in der Summe zusammenspielen bei der Nutzung von Solid und Solid Apps nehmen wir an wir haben Alice Alice hat ein Solid Pod und sie nutzt eine Solid App und im ersten Schritt geht sie hin lockt sich erstmal in ihrem Pod ein das läuft dann über OpenID Connect beziehungsweise über eine Erweiterung von OpenID Connect die nennt sich WebID OpenID Connect weil sie den OpenID Connect Standard erweitert darum dass ich mich eben mit meiner WebID mit dieser URI die mich als Person identifiziert dass ich mich damit im Web authentifizieren kann und das quasi mein Single Sign-On ins Web ist das heißt erstmal Login sobald sie eingeloggt ist kann sie dann über die REST API über die Linkdata Plattform konforme REST API erstmal Daten aus ihrem Port laden zum Beispiel lädt sie vielleicht die Liste aus von ihren Urlaubsfotos die sie gepostet hat und die Solid App kann diese dann schön anzeigen als Timeline beispielsweise oder als Gitter oder wie auch immer diese Daten diese Bilddaten enthalten zusätzlich dann aber vielleicht Links auf andere Pots zum Beispiel hat Bob ein Kommentar zu dem Bild von Alice geschrieben und dieser Kommentar ist verlinkt das heißt im nächsten Schritt geht jetzt die Solid App hin und folgt diesem Link zu Bobs Pod und da greift jetzt dieser Web Access Control Standard der erstmal prüft okay auf welche Ressource versucht hier gerade wer eigentlich zuzugreifen aha es ist Alice und es ist über die Solid App XY und guckt dann in der Access Control List quasi nach möchte Bob das überhaupt hat er das quasi freigeschaltet oder hat er das aktiv blockiert und wenn das freigeschaltet ist dann gibt der Pod dann die Daten frei die Solid App kann sie laden und dann zum Beispiel den Kommentar unterhalb des Bildes anzeigen nächsten Schritt geht Alice hin und vergibt ein Like für den Kommentar von Bob und auch hier wieder wichtig das Like wird dann eben nicht bei Bob gespeichert sondern in Alice Pod weil es sind Alice's Daten sie soll die Kontrolle darüber haben wird in Alice's Pod gespeichert und damit Bob das aber mitbekommt wird dann im nächsten Schritt über eine Link Data Notification ein Hinweis geschickt übrigens Bob Alice hat deinen Kommentar geliked das wird dann tatsächlich auch in Bob's Pod geschrieben damit er das auch mitbekommt Bob hat sich vielleicht in der Zwischenzeit auch über WebID OpenID Connect bei seinem Pod eingeloggt und benutzt eine andere Solid App und die kann dann zum Beispiel eine Websocket Verbindung zu Bobs Pod aufmachen um darüber aktiv per Push Benachrichtigung informiert zu werden wenn eine neue Benachrichtigung eintrifft und über die Websocket Verbindung kriegt er dann von der Benachrichtigung mit Alice hat deinen Kommentar geliked und dann kann Bob sich entscheiden das einfach zu ignorieren oder gegebenenfalls auch einen Link zurückzusetzen damit die Daten weiter vernetzen so ähnlich wie man das bei Blogs noch so von Pingback und Trackback kennt dass man sich entscheidet okay der andere hat was gemacht mit meinen Inhalten möchte ich den zurück verlinken oder nicht ja das ist im Prinzip die ganze Magie schauen wir uns mal an wie das in der Praxis ausschaut dazu zeige ich euch zwei Anwendungen einmal Markbook das ist quasi ein rudimentärer Social Bookmarking Dienst und Pixolid da geht es darum dass ich Fotos hochladen und teilen kann fangen wir an mit Markbook so ich bin jetzt hier schon eingeloggt und Markbook hat dadurch Zugriff auf mein Profil das habe ich auch in meinem Pod wieder freigeschaltet habe gesagt Markbook ist eine tolle App der vertraue ich die darf meine Daten laden und die lädt dann hier mein Profilbild und meinen Namen und die Bookmarks die ich in meinem Port gespeichert habe und das Schöne ist dass ich wenn ich jetzt hier ein neues Bookmark anlege kann ich mal machen nennen wir es Frostcon Frostcon So das ist jetzt gespeichert taucht auch hier in der Liste jetzt auf und das Wesentliche was man verstehen muss ist eigentlich eine simple Sache aber ein komplett anderes Konzept als bei den Apps wie wir sie heute kennen dieses Bookmark ist eben nicht bei markbook.org gespeichert sondern in meinem Solid Pod und wenn ich mich jetzt entscheide dass markbook.org eine doofe Anwendung ist die mir nicht mehr gefällt und ich aber da gehe ich jetzt einfach mal drauf jetzt zu pod.it wechsle dann habe ich da alle meine Daten drin weil die sind ja nicht in der Anwendung drin sie sind in meinem pod das heißt das Leseseichen was ich gerade in Markbook eingelegt habe ist hier im pod.it auch direkt drin gleich sind fast durch oder hast du eine Verständnis Frage zu dem was ich gesagt kannst du machen musst du nicht kommen wir auch gleich noch zu kommen wir erstmal noch zu dem zweiten demo pick solid habe ich auch schon offen bei pick solid kann ich Fotos teilen und hier auf der Startseite sehe ich auch erstmal die Fotos die meine Freunde hochgeladen haben das heißt ich bin bei pick solid eingeloggt und pick solid kann meine Freundesliste abrufen kann dann in deren Pods auf deren Pods gehen gucken welche Images haben die veröffentlicht die mir zugängig sind und macht das auch und lädt die dann hier rein und zeigt sie an und ich kann auch meine Bilder anzeigen die werden aus meinem Pod dann geladen und dieses Bild hat er zum Beispiel ein Like bekommen und ein paar Kommentare zwei sind von mir die sind dann auch wieder in meinem Pod gespeichert und aber auch hier ein Kommentar von Carlos zu diesem Bild der aber dann in Carlos Pod gespeichert ist nicht in meinem Pod und auch nicht bei pick solid sowieso nicht das Lustige ist ja dass eine Solid App in der Regel komplett kleinseitig ist sie braucht überhaupt kein eigenes Backend das ist einfach eine JavaScript Applikation die über die Solid Standards auf Solid Pod zugreift und die Daten daraus lädt und aggregiert genau das sind also alles jeweils dann hier Daten aus den Pods der jeweiligen User können wir auch nochmal kurz einen Blick reinwerfen habe ich mein Profil noch offen ja hier da habe ich dann zum Beispiel eine Timeline aus Pictures und da sind dann die Bilder und die zugehörigen Kommentare und Likes gespeichert das ist jetzt mein Pod das heißt da sind auch nur meine Kommentare drin und meine Bilder gucken ob ich das finde das ist es nicht das ist das neueste naja okay hier sind meine Bilder und wenn ich mal gucke mein Kommentar so hier habe ich einen Kommentar geschrieben der ist jetzt auch hier in meinem Pod drin und das ist hier verlinkt in reply to diesem Ding hier und das auch wieder link den kann ich mal im neuen Tab öffnen und dann sehe ich dass das tatsächlich jetzt hier auf einem komplett anderen Pod einfach ist dieses Ding was ich kommentiert habe ist einfach woanders so Frage die ich oft höre oder ein Einwand die ich oft höre wenn ich über Solid rede ist ja aber Facebook wird der jetzt nicht plötzlich Facebook hingehen und sagen super Sache dieses Solid und wir geben alles auf was wir sind und was wir machen und wir machen jetzt auch Solid wird natürlich nicht passieren das Gute bei Solid ist aber dass es auch gar nicht passieren muss weil wir nicht dieses Problem haben wir sind ein Mitbewerber im direkten Sinne dass wir ein Facebook Klon sind und wir haben nur die Überlebenschance wenn wir Facebook wenn wir alle Nutzerinnen und Nutzer von Facebook weglocken und zu uns ziehen es kann einfach parallel existieren Solid ist ein komplett offenes Ökosystem es ist einfach das Web erweitert um ein Web aus Daten statt aus Dokumente und uns steht es frei beliebige Apps zu entwickeln die Solid kompatibel sind und das muss kein Facebook Klon sein das können irgendwelche nützlichen Sachen sein vielleicht habt ihr irgendwelche Open Source Projekte an denen ihr euch beteiligt könnt ihr mal gucken ob es nicht Sinn macht da in irgendeiner Form Solid kompatibel zu werden das steht uns frei einfach Solid als Plattform zu nutzen das Web als Plattform zu nutzen um gute nützliche Anwendungen zu erstellen und die Nutzerinnen und Nutzer werden diese Anwendung dann nutzen oder nicht und es ist keine direkte Konkurrenz zu Facebook aber es kann in kurz oder lang dazu führen dass man irgendwann die Notwendigkeit für einen zentralen Dienst wie Facebook gar nicht mehr hat weil er uns einfach auch zu sehr einschränkt und ich im Solid Web alles tun kann was ich tun möchte und Facebook eigentlich einen langsam unspektakulären Tod stirbt was wir aber auch noch machen können ist wo er gerade das in der Debatte ist dass Facebook auch eigentlich viel zu groß und zu mächtig ist und man Facebook eigentlich aufsplitten möchte oder sollte dann sollten wir wenn wir Facebook aufsplitten es richtig aufsplitten und mit richtig finde ich es einmal horizontal aufzusplitten sprich wir haben einmal Facebook den Datenprovider der nichts anderes tut als Daten speichern und Daten bereitstellen und wir haben einmal die auf der anderen Seite die Facebook Apps die einfach die Daten vom Facebook Provider nutzen können um das zu tun was sie halt tun Facebook Messenger Facebook Timeline whatever und wenn man das hat dann braucht man nur noch zu sagen okay diese Schnittstelle hier da nutzt ihr bitte Solid Standards nutzt offene Standards im Idealfall Solid Standards weil das führt dann dazu dass ich plötzlich wieder einen offenen Wettbewerb habe auf beiden Seiten oben auf Seiten der Datenprovider und unten auf Seiten der Apps denn ich kann dann hingehen und sagen okay ich nutze die Facebook App ist okay die finde ich gut und ich lasse auch meine Daten bei Facebook gespeichert ist okay kann ich machen es sind viele Leute vielleicht nach wie vor glücklich mit aber ich kann auch irgendwann hingehen und sagen der Facebook Messenger der nervt mich so rum ich will zwar bei Facebook bleiben aber ich nutze den Messenger XY und kann trotzdem mit meinen Facebook Freunden darüber kommunizieren weil Daten und Apps getrennt sind oder umgekehrt ich kann sagen ich nutze die Facebook Timeline aber ich möchte meine Daten woanders speichern bei einem anderen Anbieter oder unter einem selbst gehosteten Pod das heißt hier haben wir genau das was sie eigentlich verloren haben wieder zurückgewonnen nämlich die Wahlfreiheit auf zwei Ebenen die Wahlfreiheit wo speichere ich eigentlich meine Daten und wem gebe ich Zugriff darauf und die zweite Wahlfreiheit welche Apps nutze ich eigentlich um auf meine Daten zuzugreifen um mit anderen zu kommunizieren um meine Daten zu verwalten und das kann ich mithilfe von Solid Standards und was deine Frage auch betrifft muss ich alles selbst hosten also nee musst du nicht das sind wir auch wieder bei dem Teil der Wahlfreiheit ich kann entscheiden zu sagen ich vertraue nur mir selbst ich hoste meinen eigenen Solid Pod aber viele Leute sind vielleicht nicht so IT-affin und wollen sich damit nicht rumschlagen und sagen okay ich gehe zu Provider XY und gebe ihm 10-15 Euro im Monat und der macht das für mich oder ich sage okay ich möchte mir ist das scheißegal ich habe nichts zu verbergen ich gehe zu irgendeinem kostenlosen Anbieter der meine Daten hostet und der damit auch Werbung schaltet und whatever Hauptsache kostenlos kann ich auch machen das ist genau der Punkt ich habe die Wahlfreiheit jeder hat die Wahlfreiheit dann zu tun was er oder sie für richtig hält und wir sind nicht an ein geschlossenes Ökosystem gebunden und ich denke schon dass auch bei Solid einfach viele den Weg gehen werden zu sagen nein ich möchte es nicht selbst hosten das ist auch völlig in Ordnung aber die die es selbst hosten wollen die können das tun und sie können mit all ihren Freundinnen und Freunden im Web trotzdem in Kontakt treten und auch für die Selbsthoster wird es einfach wird alles deutlich einfacher wir sind aus dieser Selbsthosting Hölle entflohen weil der Solid Pod dann das Einzige ist was wir selbst hosten müssen weil die ganzen Apps das sind dumme kleinseitige Apps die brauche ich nicht selbst hosten ich habe eh meine Daten in meinem Pod das hoste ich selbst die habe ich unter Kontrolle die Apps kann ich irgendwas nehmen das ist eben möglich durch die Trennung und durch das Prinzip der verlinkten Daten ok los geht's wenn ich euch ein bisschen begeistern konnte vielleicht habt ihr Bock jetzt Sachen auszuprobieren was könnt ihr tun Schritt 1 wäre besorgt euch ein Solid Pod könnt ihr natürlich hingehen ich provide zum Beispiel ein Docker Image könnt ihr ein Node Solid Server im Docker irgendwo starten auf dem Raspberry Pi oder auf irgendein Web Server den ihr gemietet habt ihr könnt auch direkt das NPM Modul nutzen was von Solid bereitgestellt wird heißt Node Solid Server aber für schnelle Experimente bietet es sich an zum Beispiel einen bestehenden Hoster zu nehmen gibt es zum Beispiel Solid Community ist ein Community betriebener Pod Hoster kann ich mich einfach registrieren und dann habe ich einen Solid Pod auf Solid Community für manche ist es langfristig in Ordnung für manche ist es vielleicht für Experimente interessant weil man vielleicht nicht extra sich die Mühe machen möchte einen Server zu betreiben nur um es einmal auszuprobieren aber es ist auch nicht schwer einen Server zu betreiben also es ist einfach nur eine Node Anwendung und wenn man es dockerisiert ist es einfach nur ein Docker Container starten einen Ort aus dem File System mounten und das war's so ihr habt das gar nicht gesehen falscher Monitor mache ich es hier noch einmal Solid Community kann man sich hier registrieren das ist so die Variante die einfache Variante wenn es auch schnell gehen soll für Experimente was könnt ihr noch machen ihr könnt Apps bauen also Solid ist es geht zwar einerseits um Social Web und Social Media aber Solid ist nicht darauf beschränkt ich kann mit Solid jede beliebige App bauen die ich mir vorstellen kann und kann die Daten einfach statt in einem eigenen Backend wegzuschließen kann ich die Daten auf den Solid Pods der jeweiligen Benutzerin speichern was auch vielleicht spannend ist wenn ihr in Open Source Projekten bereits tätig seid vielleicht habt ihr eine Möglichkeit bestehende Projekte an Solid anzudocken man muss ja auch nicht komplett sagen wir verzichten jetzt komplett auf unser Backend oder so sondern man kann ja auch klein anfangen und sagen okay wir ermöglichen erstmal ein Login über eine Web ID und wir geben eine Kopie der Daten dann in den Solid Pods das würde mir zum Beispiel auch schon mega helfen wenn Dienste die ich nutze einfach mir wenigst eine Kopie der Daten geben wenn sie schon die Daten selber auch behalten wollten aber wenn ich eine Kopie habe kann ich damit schon was anfangen wenn ihr Bock habt könnt ihr auch irgendwie die Standards implementieren einen eigenen Solid Server schreiben oder bestehende Web Server Solid kompatibel machen vielleicht irgendwie Apache HTTPD oder Nginx irgendwie ist das schon ein guter Web Server könnte man um die Solid Standards die neuen Solid Standards die definiert werden erweitern um zum Beispiel da auch Link Data kompatible REST API bereitzustellen oder ein Web ID Open ID Connect whatever was wir auf jeden Fall brauchen ist wir brauchen viele Entwicklerinnen und Entwickler wo es eine ganze Menge zu tun gibt viele Apps wollen entwickelt werden der Node Solid Server braucht auch viele Leute die mitwirken und man hat es eben gesehen so diese Web Oberfläche vom Node Solid Server die ist auch echt hässlich und vieles bei Solid ist sehr experimentell und hässlich also wenn ihr irgendwie zum Beispiel euch mit UX und UI gut auskennt und euch da einbringen wollt wäre es auch eine super Gelegenheit das Ganze ein bisschen schicker zu machen also ganz ganz viele Möglichkeiten und wenn ihr Teil der Community werden wollt oder zumindest mal reinschnuppern wollt habe ich ein paar Links für euch noch einmal SolidInrupt.com ist so das Developer Portal mit vielen Informationen zum Einstieg so okay get a pod und wie funktioniert das eigentlich viele Autos so wie wie schreibe ich eine Solid App in der Mittagspause wirklich so ganz schnelle mit jQuery und sehr schnell gemacht und um mal so das Feeling zu kriegen wie sich so eine Solid App schreibt dann haben wir ein Forum Forum Solid Project Org basiert auf Discourse das ist also echt cool benutzbar da ist eigentlich auch immer was los kann man Fragen stellen kann sich austauschen und zudem haben wir noch Gitter Chats diverse über Node Solid Server App Development über die Spezifikationen und vieles mehr und ansonsten findet ihr alles auf GitHub also Solid ist komplett Open Source natürlich alles offene Standards das heißt sowohl die Spezifikationen als auch alle möglichen Beispielanwendungen Libraries Toolkits findet ihr alle bei github.com slash solid jo dann sind wir jetzt bei den Fragen angelangt oder auch bei Diskussionen es ist super dass ihr euch alle meldet weil es ist ganz wichtig dass wir das Mikro nutzen damit das im Stream auch hörbar wird ich weiß jetzt nicht wer zuerst war ich gehe einfach mal von vorne mich nach hinten durchhangeln als kann man oder ist es klar dass man die Daten von Facebook herunterladen kann und sie woanders als sie dann ist es aus dann wiederhole ich einfach nochmal kurz die Frage war ist es geplant die Daten von Facebook in enger Form nutzbar zu machen sie zu importieren um sie dann im SolidPod zu speichern ja ist geplant das Gute bei Solid ist es wirklich ein Projekt wo ganz ganz viele Leute mitarbeiten und auch die unterschiedlichsten Ideen und Projekte aufkommen und das ist eine naheliegende Frage die sich halt auch schon viele gestellt haben wo auch Leute daran arbeiten was aber tatsächlich in der Praxis auch nicht so einfach ist wo Facebook sich da mit Händen und Füßen gegenwehrt zwar hat Facebook eigentlich die Pflicht spätestens jetzt nach der Datenschutz-Grundverordnung alle Daten rauszurücken aber sie zögern das komplett hinaus geben dann nur Ausschnitte raus obwohl sie eigentlich mehr rausgeben müssen und es ist ein Kampf Ruben Wörbach einer der bei Solid mitwirkt der hat gerade tatsächlich echt so ja quasi Rechtsstreit mit Facebook laufen um an die Daten ranzukommen das zieht sich schon seit Monaten hin und ich hoffe wenn er damit durchkommt am Ende weil das wird da das ist nur eine Frage der Zeit eigentlich weil es einfach sein gutes Recht ist ich hoffe dass es dann für andere auch leichter wird an die Daten ranzukommen und dann ist es auch wieder ein bisschen einfach eine Entwicklungsaufgabe einen Transformer zu schreiben der die Daten von Facebook einfach in ein solid kompatibles Format bringt aber der Zugriff auf Facebook er verlangt auf jeden Fall eine Authentifizierung auch ich habe noch nie in sozialen Medien ja ja klar also man kann jetzt nicht einfach Daten von Facebook runterladen ja das heißt man muss sich authentifizieren um da auch dran zu kommen und dann hinterher kann man die auch ja also die Idee wäre dann dass man einfach seinen eigenen Facebook Account nutzt die Daten einmal exportiert und dann vielleicht auch von Facebook weg geht wenn man eine Synchronisierung haben will wird es vielleicht noch ein bisschen schwieriger aber auch das wäre denkbar so nächster ich will keinen übergehen das ist gerade echt unübersichtlich ich habe eine Frage zu diesem Beispiel mit den beiden Nutzern den du so gezeigt hast da macht ja der Bob einen Kommentar wer kann denn den Kommentar jetzt überall sehen auf AlicePod und wer legt das fest also den Kommentar den Bob schreibt der liegt erstmal auf Bob Spot und Bob kann bestimmen über den über die Web Access Control List wer darauf zugreifen darf das heißt im Idealfall wird der Alice das Zugriff recht geben weil der Kommentar ja auf Alice Bild sich bezieht aber er kann das auch sagen nur Alice kann darauf zugreifen oder die Öffentlichkeit kann darauf zugreifen oder eine bestimmte Gruppe an Leuten das ist alles denkbar das kann Bob spezifizieren und die nächste Frage ist das mit diesem Web-ID das wenn ich jetzt sehr richtig verstanden habe dann authentifiziere ich mich ja dadurch dass mein Pod irgendwie im Netz unter einer gewissen Uri erreichbar ist das heißt da wo ich das dann gehostet habe der könnte sich dann jederzeit als mit mich selber ausgeben mit meiner ID weil der ja den Server bei sich im Rechenzentrum stehen hat das ist so ja das ist so de facto das ist auch heute so wenn ich jetzt wenn ich irgendwo Sachen hoste dann vertraue ich dem Hoster der Hoster hat Zugriff auf den Webspace das wenn ich das nicht möchte dann muss ich ja gut selber hosten oder muss ich mir irgendwo einen Raspberry Pi oder irgendeinen Rechner in meinen Keller stellen und dann habe ich dann nochmal nochmal ein Schutzlevel mehr das Gute ist ich kann halt wirklich alle gerade von mach mit deinen meinen Daten was du möchtest Hauptsache ich kriege es kostenlos bis hin zu ich verschanze mich in meinem Bunker habe ich alle Freiheiten und jeder kann sein persönliches Level an Sicherheit und Vertraulichkeit selbst definieren ich hätte zwei Fragen einmal wenn ich jetzt einfach mal anfange voller Euphorie und miete mir einen Pott an dann habe ich jetzt erstmal alle meine Daten in diesem Pott da liegen irgendwann bin ich noch mehr begeistert und mache mir halt einen eigenen Pott gibt es so was in dem Protokoll wie eine Export-Schnittstelle oder dass ich dann die Daten die jetzt da liegen darüber bekomme und was passiert denn dann mit allen Links die jetzt quasi da ja noch drauf gehen dann funktioniert dann am Umzug gar nichts mehr das ist das was man im Web immer berücksichtigen muss auch bei klassischen Webseitenumzügen Links sollten funktionieren sprich wenn ich von einer von einer Domain auf die andere umziehe dann sollte ich einen Redirect setzen das ist manchmal was ich machen kann wenn ich jetzt bei Solid Community einen Pott habe und das Solid Community dann und jetzt auf meine eigene Domäne umziehe dann sollte Solid Community hingehen und für die URL die ich vorher hatte einen Redirect aufsetzen auf meine neue im Idealfall hoste ich es gleich unter einer eigenen Domäne also ich könnte sobald hier auch wenn ich jetzt einen Dienstleister als Storage nutze könnte ich ja trotzdem sagen hier ist meine Domain bitte setz den DNS-Eintrag richtig und dann kann ich die Daten zum anderen ziehen aber die Domain behalten Okay und dann noch mal eine Frage nehmen wir an ich erlaube jetzt irgendwie in einem Post dass da mein Bild angezeigt wird erreichbar über URI mit MiPicture jetzt ist ja dieser Link im Prinzip da und den habe ich jetzt bei dem und bei dem und bei dem freigegeben jetzt geht mir einer davon auf den Keks jetzt möchte ich diesen Link quasi sperren kann ich jetzt dann explizit eine Anwendung verbieten dass die dann dass sie dieses Bild anzeigt also sprich wird bei jedem Linkzugriff im Prinzip die Authentifizierung geprüft also du kannst einzelne Anwendungen sperren oder einzelne Nutzer geht beides kannst du sagen dieser Nutzer diese Nutzerin darf nicht mit dieser Anwendung drauf zugreifen oder mit der anderen schon am besten der Fairness halber ist sehr viele sind jeder erstmal nur eine Frage und wenn dann die Runde durch ist kann man dann noch eine zweite stellen oder ich habe auch noch viel Zeit heute ich bin noch bis morgen da wir können auch nachher noch diskutieren dann eine Frage also du hast jetzt die Apps im Browser gezeigt wie sieht es denn aus mit mobilen Apps mobile Apps gehen theoretisch auch ich weiß nicht wie die Praxis da soweit ist ist aber jetzt also es nicht beschränkt auf mobile Apps grundsätzlich das Prinzip aber es gibt schon welche die man nutzen kann ich glaube nicht weiß ich jetzt nicht mit Sicherheit es gibt auf jeden Fall Leute die damit experimentiert haben und die da auch schon Erfolge mit hatten aber es ist jetzt nicht so verbreitet der Fokus liegt auf Browser Apps du kannst aber ja auch zum Beispiel eine Progressive Web App machen die dann in vieler Hinsicht der Native App schon auch nahe kommt wenn du natürlich jetzt besondere Anforderungen hast dass du irgendwelche Sensoren vom Mobiltelefon auslesen möchtest und wirklich eine Native App brauchst dann musst du eine Native App machen aber das geht prinzipiell auch also wenn du da Interesse hast mach mit kann ich nur sagen also das wollen wir auf jeden Fall tun und das ist auch nicht unmöglich aber ist glaube ich in der Praxis noch nicht so weit Wie sieht das mit der Skalierbarkeit aus One to Many Ich kann beliebig viele Pots mir besorgen also wenn ich jetzt irgendwie 20 Server betreiben möchte und auch 20 Pots dann kann ich das machen oder was meinst du Ja bei mehreren Pots ob da Probleme aufkneiden Meinst du ob die App dann Probleme hat weil sie aus so vielen Quellen laden muss oder bis jetzt in der Praxis nicht also kann sein dass es Performance Probleme irgendwann gibt aber generell so eine Web App die auch wenn ich jetzt irgendwie 1000 Freunde habe mit 20.000 Bildern zeigt eine App nie alles auf einmal an also auch klassische Web Apps die wir heute kennen die haben ja dann irgendwie ein Continuous Scrolling und so und laden dann immer nur so viele Daten nach wie tatsächlich aktiv gerade gezeigt werden das heißt ich habe nicht das Problem dass ich jetzt plötzlich mein Browser 20.000 HTTP Requests macht sondern immer nur vielleicht 10, 20 und das ist absolut handelbar Ja wenn ich jetzt meine Daten auf meinem Pod auf meinem Server liegen habe und schalte den Server aus dann haben wir eigentlich im Endeffekt nur noch auf den Plattformen die URIs liegen oder wie sieht das da aus Genau wenn jetzt beispielsweise du einen Kommentar geschrieben hast auf meinen Beitrag meinen Beitrag verlinkt auf deinen Kommentar jetzt schaltest du deinen Server ab wenn ich jetzt die App aufrufe dann wird dieser Link dann auf ein 404 stoßen oder auf ein 500 oder was auch immer und die App ist dann hoffentlich so gut programmiert dass sie nicht zusammenstürzt sondern dass sie einfach das ausblendet oder vielleicht auch einfach einen Platzhalter einblendet gelöschter Beitrag das hängt natürlich davon ab dass die Apps auch vernünftig programmiert werden und mit solchen Fehlern umgehen können das ist ganz wichtig wenn man Solid Apps entwickelt die müssen in dieser Hinsicht absolut resilient sein und mit solchen Fehlern umgehen können weil die werden auftreten das macht ja dann Diskussionen in Kommentaren unübersichtlich in Bezug darauf dass teilweise vielleicht manchen Leuten aufgrund von Rechten oder weil es ausgeschaltet ist Kommentare nicht angezeigt werden oder? möglicherweise die Frage ist es unübersichtlicher als wenn eine zentrale Plattform bestimmte Leute blockt oder ich einzelne Leute gesperrt habe und die ausblende das Problem ist jetzt nicht solid spezifisch für mich sah das jetzt so ein bisschen aus als hätte man im Prinzip genau das gleiche wieder gemacht was wir halt schon mit Diaspora hatten wo das dann halt aufgetreten ist ja konnte das selbst hosten die breite Masse ist dann doch auf einer zentralen mehr oder minder zentralen Plattform gelandet ähnlich ist das ja jetzt auch gerade bei Mastodon und abgesehen davon dass ich jetzt hier spezielle Formate sehe was mich so ein bisschen an Semantic Web da war ja auch FOF RDF Data so sah das aus genau das ist technologische Grundlage dafür also im Endeffekt sehe ich jetzt immer noch die gleiche Sache wieder wo war jetzt genau der Unterschied der Unterschied ist dass ich die komplette Wahlfreiheit habe wo ich meine Sachen hoste wenn jetzt irgendwie 90% der Nutzer zu einem Server gehen wollen ja okay dann ist das so wo ist das Problem ich meine das kann ich ja jetzt mit Mastodon auch gerade wo also was ist da der Unterschied warst du von Anfang dabei hast du das mitbekommen mit dem Mastodon Vergleich also bei Mastodon habe ich aber also Mastodon ist beschränkt auf einen Use Case Mastodon ist ein Twitter und wenn dann habe ich nur eine Twitter Funktionalität bei Solid habe ich im Web kann ich alle Funktionen abbilden die ich möchte können alle Apps programmieren die ich brauche und die können miteinander interagieren ja also wenn man jetzt nicht direkt nur Mastodon betrachtet sondern halt das drunter liegende Protokoll Activity Pub das bildet ja ähnliche Protokolle ab da geht es auch um Social Media Kommentare Bilder und so weiter Profile also das ist da sehe ich schon mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede ehrlich das stimmt schon also es ist nicht komplett unähnlich also gerade wenn du sagst okay da gibt es ja auch Standards wie Activity Pub und ich denke aber auch dass also dass diese Welt von Mastodon Diaspora halt auch wunderbar sich Solid kompatibel machen lassen beispielsweise also das ist halt Solid ist halt noch deutlich freier als sowas wie Activity Pub was halt schon auf bestimmte Use Cases beschränkt ist und Solid löst das quasi nochmal weiter auf und sagt okay alle möglichen Daten kannst du miteinander verlinken Gibt es einen Standard um Referenzen von eigenen Publikationen abzulegen also ich denke jetzt an den Use Case Wissenschaftler die ja ihre Institute häufiger mal wechseln und ich betreue ein paar Webseiten von wissenschaftlichen Instituten und da ist dann immer das Problem dass manchmal so 10, 20 Publikationen neu eingegeben werden müssen wenn Wissenschaftler wiederkommen also gerade im wissenschaftlichen Bereich gibt es eigentlich alles was du dir denken kannst weil Solid er sagt es gerade schon richtig es kommt so aus also das das Fundament auf dem Solid aufbaut ist also es ist eigentlich gar nichts Neues es ist das was Tim Berners-Lee seit 30 Jahren versucht oder macht nämlich es ist das Web und das hieß zwischendurch hatte er das Semantic Web entwickelt und Link Data ist ja auch noch mal eine Verfeinerung dessen und Solid ist noch mal quasi on top Semantic Web Link Data plus noch zusätzliche neue Standards die das abbilden und das kommt total aus dem akademischen Bereich und sowas wirst du 100% können also ich da gibt es dann Werkzeuge im Zweifelsfall melde ich mich mal du bist nicht so weit weg von mir ich bin in Bremen in der Heimat von daher ansonsten bin ich im Web auch jederzeit erreichbar so ja da habe ich noch eine Frage ganz kurz dieses Verlinken würde mich interessieren wo liegen denn die Linkdaten weil ich stelle mir jetzt mal vor ich poste irgendwo es wird total berühmt ich kriege 10.000 Kommentare oder Likes oder was auch immer irgendwie muss ja mein Pod irgendwie das diese Daten bekommen und das vielleicht dann überfordert wie wird das funktionieren ja er muss zu skalieren also wenn du jetzt wirklich berühmt bist dann wirst du vielleicht dann entweder dir einen guten Dienstleister suchen der das für dich hostet um den Ansturm gerecht zu werden oder du stellst Mitarbeiter ein die das für dich tun IT-Abteilung keine Ahnung weiß ich nicht ne also es ist eine Skalierungsfrage das ist ja so ein bisschen übertrieben gewesen was ich sage aber du kannst halt auch mehrere Pods oder mehrere Server aufstellen und das abfedern oder irgendwie ein Proxy vorschalten oder was weiß ich ja gut das ist aber so eine typische Aufgabe die halt mit viel Aufwand verbunden ist ja deswegen sage ich dann suchst du den Dienstleister dann hostest du vielleicht nicht mehr selber sondern lässt es machen du kannst ja auch nochmal als Ergänzung dazu das heißt ja nicht dass du mit all deinen privaten Daten plötzlich zum Dienstleister gehen musst du kannst ja auch differenzieren zwischen dem was du öffentlich machst was dir eh egal ist das kannst du bei irgendeinem Hoster hosten wo du sagst okay das ist eh öffentlich und da gehen halt die tausenden Links rein und deine privaten Daten die vielleicht nur für dich persönlich oder für deine Familie die kannst du ja weiterhin auf deinem Raspberry Pi hosten völlig abgeschottet von dem anderen ja aber um jetzt nochmal auch auf sein Thema zurückzukommen also ich sehe jetzt wirklich das Problem da drin nehmen wir an es gäbe Facebook Lit wo alles nur noch als Solid Pots also im Prinzip so eine typische komplette durchdesignende Solid Anwendung dann hat es ja diese Anbieter diese Anwendung ganz einfach weil das ist im Prinzip eine einfache kleine Javascript Anwendung die liefert er aus und hat er Ruhe weil alles andere kriegt er gar nicht mehr mit also demzufolge wird es ja auch kaum einer machen aber im Prinzip der kriegt nichts mit weil der halt dann sämtlicher Traffic und alles was so irgendwie jetzt dann halt quasi zu Lasten von Facebook geht geht dann ja zu Lasten von Millionen von Pots die irgendwo auf der Welt rumliegen und wenn ich jetzt irgendwo aktiv bin und poste da halt einen Haufenweise Bilder die dann ständig abgerufen werden dann ist das schon so eine Sache wo ich mir vorstelle das wird auch dann halt ruckzuck sehr aufwendig und oder halt dann sehr teuer von daher habe ich momentan so ein klitzekleines bisschen Zweifel dass die große Masse wenn man so eine Masse wie jetzt in Richtung Facebook wandert oder sowas jemals in Richtung Solid wandert weil ich glaube den meisten ist im Prinzip allein jetzt schon der Gedankengang in so eine Technik viel zu kompliziert Ja genau aber das ist ja wieder der Punkt wo du auch sagen kannst ich muss ja nicht ich muss das ja nicht selber hosten wenn ich jetzt irgendwie ganz viele Bilder poste ich kann ja auch dann quasi auf solidfotos.com gehen und mir da einen Fotostorage holen und da alle meine Bilder hosten und auch wirklich nur die Bilder die ich sowieso veröffentliche die wo ich hier mich zur Schau stelle und meine privaten Daten kann ich dann entweder selber hosten oder beim Dienstleister keine Ahnung vielleicht irgendwie ein deutscher Anbieter wo ich auch meinen Mailpostfach habe und wo der sagt hier wir gewährleisten deine Sicherheit und alles total geschützt und du zahlst uns halt dafür 20 Euro im Monat das kann ich dann da machen und meine Bilder wo der Traffic draufkommt die mir aber egal sind die mache ich dann bei irgendeinem Fotodienst das kann ich beliebig aufteilen Ja, ne noch? Ja, ich hätte auch noch eine zweite Frage und zwar wenn ich einen Port habe dann brauche ich dafür wahrscheinlich ein TLS-Zertifikat Ja und das muss ich mir selber beholen dafür gibt es Let's Encrypt Ja Okay, also so war es Ja Wie sieht das generell also wir haben ja hier eine gewisse rechte Verwaltung drin aber ich denke jetzt mal an so Sachen die dann das heißt ja hier auch man kann dann verwalten so die Person in der App und so weiter und so fort kann das und das sehen aber ist die Frage muss ich dann darauf vertrauen dass die App das verwaltet oder gibt es da irgendwelche Verwaltungstools sinnvoll für um diese Rechte halt zu verwalten Also ich kann für alles eine App programmieren in Solid das heißt es kann auch dann 20 verschiedene Apps geben die nur darauf fokussiert sind die Rechte zu verwalten und da suche ich mir eine aus die mir gefällt oder programmiere mir eine eigene da habe ich halt alle Freiheiten auch wieder und kann damit diese App meines Vertrauens die Rechte verwalten oder wo es wahrscheinlich aber auch drauf hinausläuft ist ein gescheiter Solid Server wird halt die Rechte Verwaltung als vernünftige App auch schon vielleicht integriert haben so ich direkt auf meinem Solid Server über eine Web-Oberfläche die Rechte setzen kann und im Zweifel was ich auch immer machen kann es sind alles letztendlich Textdateien Solid die strukturierten Daten bei Solid ist wie die HTML Seiten im bekannten Web sind Textdateien letztendlich die ich auch editieren kann ich kann mit meinem BIM da rauf gehen und die Rechte selber setzen wenn ich keinem vertraue Textdateien bearbeitet ja nicht der Standard nee nee ich sag ja nur das sind wieder unterschiedliche Anforderungen wenn du sagst du vertraust dir nicht wenn du es so weit treiben möchtest dann ja wir müssen Schluss machen aber ich bin auch da wir können auch vor der Tür noch quatschen oder irgendwo ansonsten jetzt ist es ausgegangen angeloverhältnis.org ist mein Solid Pod und wenn ihr den Links folgt findet ihr alle möglichen Kontaktmöglichkeiten GitHub, Twitter, whatever super danke danke